Was hat der weltberühmte Komponist Ludwig van Beethoven mit den Westerwald-Gemeinden Molzberg und Salz zu tun? Nun, eine ganze Menge, wie bei einer Beethoven-Wanderung des Kulturfördervereins der Verbandsgemeinde Walmeroth am 16. August zu erfahren sein wird. Da nämlich geht es mit der Großmutter Beethovens persönlich auf den wunderschönen wie spannenden Fußweg von Molzberg nach Salz. Wir haben eine besondere Wanderung vor anlässlich des Beethoven-Jahres und der eine oder andere wird sich vielleicht wundern, was die Verbandsgemeinde Walmeroth mit Beethoven zu tun hat. Ich kann sagen, direkt mit ihm nichts, aber der Großvater von Beethoven ist im Jahre 1759 auf der damaligen Burg Molzberg verstorben und ist in Salz beerdigt. Und aus diesem historischen Grund werden wir eine Wanderung durchführen von den historischen Orten direkt vom Schloss Molzberg, das es heute ist, zur Kirche, zur Pfarrkirche nach Salz. Das Bild zeigt den Blick vom Schloss Molzberg. Also hier oben ist das Schloss. Wir starten hinter dem Schloss, haben dann diesen Blick. Und an dieser Stelle ist die Pfarrkirche in Salz und den Weg hier runter durch diese wunderschöne Landschaft, den werden wir nehmen. Überliefert ist, dass der Oberhofkoch wohl an einer Lungenentzündung gestorben ist. Im Westerwald herrschte zu der Zeit eine Bruthitze. Im heißesten Sommer seit Menschengedenken hätte man Eier im Sand kochen können, so die Überlieferung. Heinrich Kevelich hatte sehr viel zu tun. Der Wechsel von kalten Innenräumen in die Gluthitze beschleunigt wohl den Krankheitsverlauf. Weitere Zusammenhänge jetzt aus berufenem Munde. Beethovens Mutter Maria Magdalena stammt ja aus Koblenz und sie war zwölf Jahre alt, als ihr Vater hier in Molzberg gestorben war. Ihr Vater Heinrich Kevelich war Oberhofkoch des Kurfürsten in Ehrenbreitstein, wo er residierte als barocker Fürst. Und in dieser Zeit hat man halt überlegt, die Burg in Molzberg abzureißen. Es war der Familiensitz der Familie von Walderdorf, die hier eine große Burg hatte und man entschied sich, diese Burg abzureißen und ein neues Schloss zu bauen. Und in dieser Zeit, die Burg stand noch, ist eben der Kurfürst vermutlich hier auf der Burg gewesen und hat hier mit seinem Hofstaat residiert eine Zeit lang. Und Heinrich Kevelich und das Oberhofkoch kamen eben mit nach Molzberg für eine kurze Zeit und verstarb hier. In die Rolle der Großmutter Anna Klara schlüpft die Koblenzer Gästeführerin Marlies Weiß. Sie wird die damalige Zeit wieder zu Leben erwecken. Rundum ein schönes Ereignis, das von musikalischer Begleitung und gemütlichem Ausklang umrahmt wird und zudem schon jetzt viele Anmeldungen vorliegen. Wer Interesse hat, sollte sich also beeilen.